Ich will um die Welt reisen und meine Musik machen. Cockrock, das mache ich. Also, so bin ich eben. Wie bitte? Cockrock ist in der Musikrichtung, um die Menschheit zu erfreuen. Fühlen Sie sich wohl? Ja, ja, sowohl wie es eben geht. Okay. Ich glaube, er ist zu einem Narzissten geworden. Hat dir das eine Zigeuner-Yoga-Lehrerin gesagt? Nein, und sie ist keine Zigeunerin, Evan. Und ich bin kein Narzisst. Was ist dein Narzisst? Das ist jemand, dem alle außer ihm selbst am Arsch vorbeigehen. Scheiß drauf. Ich geh pinkeln. Er war nicht immer so. Es ist so, als ob ich alles beobachten würde aus der Distanz. Als wäre ich gar nicht da. Ich bin nur... Dumpf. Ich bin nur... Ich bin nur... Aber jetzt ist jemand, die andere nicht zu... Ach so. Das ist mein Arsch.